Hallo und herzlich willkommen beim Family Day. Ich bin Zoe und wir interviewen jetzt ein paar Kinder. Wie heißt du? Andi. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Jerry Kuhn. Cool. Und gefällt dir der Family Day? Ja. Wie heißt du? Valentin. Okay, Valentin. Gefällt dir denn bis jetzt der Family Day? Ja. Ja. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Keusten. Wie heißt du? Ich bin die Heidi. Okay, Heidi. Gefällt dir dieser Family Day hier? Ja. Und würdest du gerne selber mit dem Ice-Hockey-Spielen anfangen? Ja. Was ist dein Lieblingsspieler? Jerry Kuhn. Cool. Okay. Wie heißt du? Milo. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Müller. Und wieso? Weil ich ihn cool finde. Okay. Und gefällt dir das hier alles? Ja. Ja. Hallo Derek. Hallo. Wie gefällt dir bis jetzt der Family Day? Mir gefällt der Family Day sehr, sehr gut. Es sind ganz, ganz viele Kinder da und ganz, ganz viele Leute, die heute kommen. Aber mir ist ja kalt. Ist dir außer kalt? Okay. Ja. Du hast deine Handschuhe vergessen? Ne, die sind in der Tasche. Ach so. Okay, gut. Weil ich friere nämlich. Solltest dir vielleicht auch was Warmes anziehen. Wie gefällt dir denn der Family Day? Also mir gefällt der sehr gut, weil ich finde das auch cool, wie verschiedene Stände zum Beispiel aufgebaut wurden und das ist auch sehr schön. Okay. Hast du denn selber schon was mitgemacht? Ähm, eigentlich mache ich heute nur die Interviews. Ah, okay. Aber ich bin auch schon einmal durch. Also arbeitest du eher? Ja. Also für dich heute kein Spaß, eher arbeiten? Ich bin auch schon einmal durch. Echt? Und wo ist deine Stempelkarte? Die ist bei Papa im Rucksack. Ah, okay. Hast du da auch schon ein Foto gemacht mit Herkules? Ja. Dann warten wir jetzt aufs Spiel. Ja. Wir freuen uns aufs Spiel. Ja. Also wie heißt ihr denn erstmal? Ich heiß Moritz. Lukas. Okay und ähm, wie gefällt euch der Family Day? Gut. Gut. Und was mögt ihr am meisten an den Ständen? Also das hier mit den Parkouren so was. Ähm, das auch mit den Parkouren. Cool. Und wer ist euer Lieblingsspieler? Keussen. Keussen. Und wollt ihr selber mit dem Eishockey anfangen oder spielt ihr schon Eishockey? Ich spiele schon Eishockey. Ich spiele auch Eishockey. Gut. Also wie heißt ihr denn erstmal? Janis. Lotta. Noah. Noah. Luis. Okay. Und wer sind eure, äh, was sind eure Lieblingsspieler? Äh, weiß ich nicht, wo mein Geist. Ja. Javi Kuhn. Luis Spitzner. Javi Kuhn. Okay. Und gefällt euch der Family Day? Ja. Ja. Ja, aber ist einfach cool, wenn man so früh in der Eishalle sein kann. Ja. Okay. Und... Was ist eure Lieblingsstation? Was ist eure Lieblingsstation? Also ich würde sagen auch unsere... Ja. Ich war eigentlich nur da noch gar kein, außer der da, wo ich was mache. Die hinter uns, weil die machen wir. Äh, die da drüben. Ja. Hallo, äh, ich bin Zoe und ich, ähm, werde jetzt ein paar Fragen stellen. Also wie heißt du denn erstmal? Carina. Cool. Ähm, und was gefällt dir hier am meisten bei dem Family Day? Das Dosenwerfen. Schön. Und spielst du auch selber oder hilfst du hier? Ich helfe ein bisschen mit. Cool. Und wer ist dein Lieblingsspieler? Joel Keussen. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.